In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Krankheitsbild der Kontraktur. Du solltest dies kennen, insbesondere um eine professionelle Kontrakturenprophylaxe durchführen zu können. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, damit du einen guten Überblick erhältst. Was ist eine Kontraktur? Wie entsteht eine Kontraktur? Und welche Formen von Kontrakturen gibt es? Das Ganze einfach und verständlich erklärt, damit du gut für deine Prüfung und die Pflegepraxis vorbereitet bist. Und damit herzlich willkommen auf unserem Kanal Pflege-Relevant. Wir erklären dir die wichtigsten Themen rund um den Pflegeberuf. Was ist eine Kontraktur? Das Wort Kontraktur kann vom lateinischen Wort contrahere abgeleitet werden, was ins Deutsche übersetzt Zusammenziehen bedeutet. Diese Bezeichnung ergibt Sinn, denn bei einer Kontraktur verkürzen bzw. ziehen sich Muskeln, Sehnen und Bänder zusammen, wodurch Gelenke nicht mehr vollständig bewegt werden können. Schauen wir uns folgende Definition an. Eine Kontraktur bezeichnet eine Funktions- und Bewegungseinschränkung eines Gelenkes. Die Einschränkung kann bis zum völligen Bewegungsverlust der Gelenksteife eines Gelenkes voranschreiten. Wir sehen, dass eine Kontraktur den Bewegungsapparat genauer die Gelenke betrifft. Dabei hat grundsätzlich jedes Gelenk ein Kontrakturrisiko. Es kommt zu Funktions- und Bewegungseinschränkungen des Gelenkes, sodass ein Gelenk von Betroffenen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr aktiv bewegt werden kann. Dieser Prozess kann bis zur völligen Versteifung des Gelenkes voranschreiten. Dies bedeutet, ein betroffenes Gelenk ist in einer Position, beispielsweise der Beugung, fixiert bzw. versteift. Häufig erkennt man Kontrakturen an typischen Gelenkfehlstellungen, welche unnatürlich und verkrampft wirken. Warum ist es wichtig, das Krankheitsbild von Kontrakturen zu kennen? Im Krankenhaus und insbesondere in Pflegeheimen wirst du öfters auf Menschen mit Kontrakturen treffen. Zum einen, weil das Risiko für die Entstehung von Kontrakturen durch Bewegungsmangel bei Patienten und Patientinnen stark erhöht ist und somit Kontrakturen bei falscher oder fehlender Prophylaxe auftreten. Zum anderen kommen aber auch vorerkrankte Menschen aus dem häuslichen Umfeld mit bereits bestehenden Kontrakturen in das Krankenhaus. Kontrakturen können zu schwerwiegenden Folgen für Patienten und Patientinnen führen. Bewegungseinschränkungen und Schmerzen bei der Bewegung führen zu einem Verlust von Selbstständigkeit, also eine pflegerische Abhängigkeit und eine stark verringerte Lebensqualität. Weiter wird das Risiko für Folgeerkrankungen, beispielsweise Dekubitus, Pneumonie, Thrombose oder weiterer Kontrakturen durch die Bewegungseinschränkung erhöht. Wie entsteht eine Kontraktur? Der Mensch hat eine Vielzahl von Gelenken, wie beispielsweise Fuß- und Sprunggelenke, Kniegelenke, Schultergelenke, Hüftgelenke oder Hand- und Fingergelenke. Diese Gelenke haben je nach Art einen unterschiedlichen Bewegungsradius. Damit die Funktion der Gelenke erhalten bleibt, müssen diese regelmäßig, ausreichend und in ihrem natürlichen Bewegungsradius vollständig bewegt werden. Es gibt unter anderem Scharniergelenke, welche nur in Streckung und Beugung bewegt werden können, wie beispielsweise das Ellenbogengelenk oder Kugelgelenke wie Schulter- oder Hüftgelenke, welche neben der Streckung und Beugung auch noch ein Abspreizen und Heranführen zum Körper, sowie eine Drehung in Form von Innen- und Außenrotationen ermöglichen. Zur Bewegung der Gelenke sind außerdem Strukturen wie Muskeln, Bänder, Sehnen und Nerven notwendig. Schauen wir uns die Pathogenese, also den Krankheitsverlauf einer Kontraktur an. Fehlt die ausreichende Bewegung eines Gelenkes, leidet der Stoffwechsel. Die Gelenkstrukturen werden weniger durchblutet und die Gelenkkapsel schrumpft. Aufgrund der fehlenden Dehnung verkürzen Muskeln Bänder und Sehnen. Dadurch wird die Bewegung des Gelenkes erschwert und der Bewegungsradius eingeschränkt. Die Verkürzung von Muskeln trägt damit maßgeblich zur Entstehung von Kontrakturen bei. Warum Muskelgruppen verkürzen können, zeigen wir an einem Beispiel. Bei der Beugung des Oberarms im Ellenbogengelenk ist unter anderem der Bizepsmuskel, der sich anspannt und die Bewegung vorgibt. Der Bizeps wird in dieser Bewegung als Spieler, auch Agonist, bezeichnet, während der Trizepsmuskel durch die Beugebewegung gedehnt wird. Der Trizeps wird in dieser Bewegung als Gegenspieler, auch Antagonist, bezeichnet. In der Streckung übernimmt der Bizeps hingegen die Funktion des Gegenspielers, also des Antagonisten, und wird gedehnt, während der Trizeps angespannt wird und als Spieler, Agonist, die Bewegung vorgibt. Die Rollen sind also bei Beugung und Streckung genau umgekehrt. Wir lernen, dass sich bei einer Bewegung bestimmte Muskelgruppen anspannen und andere Muskelgruppen gedehnt werden. Bewegungen sind ein Zusammenspiel von Spieler und Gegenspieler. Kommt es zu einem Ungleichgewicht von Muskelgruppen, unter anderem durch einseitige längere Belastung oder permanente Anspannung von nur einem Spieler, können diese Muskeln durch die verstärkte Belastung verkürzen, da eine Dehnung ausbleibt. Bei einem verkürzten Bizeps, da der Arm beispielsweise zu lange in gebeugter Haltung war, ist also eine Streckung erschwert und das Ellenbogengelenk kann nicht mehr vollständig gestreckt werden, da die Dehnung des Bizeps nicht mehr einfach möglich ist. Bewegungen des Gelenkes werden also bedingt durch die verkürzte Muskulatur weiter erschwert. Im weiteren Verlauf bilden sich durch die fehlende Bewegung knöchelnde Strukturen im Gelenkspalt. Das Gelenk versteift dauerhaft und die Funktion bzw. Beweglichkeit ist verloren. Durch diesen Prozess ist eine Kontraktur entstanden. Die Entstehung der Kontraktur kann individuell abhängig von Gelenk und Mensch über Tage bis Wochen stattfinden. Eine entstandene Kontraktur kann nur sehr schwierig, oft nur mithilfe einer Operation und in manchen Fällen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Bei bereits bestehender Kontraktur kann die manuelle Bewegung eines Gelenkes von außen beispielsweise durch eine Pflegefachkraft die Gelenkstrukturen zusätzlich schädigen. Welche Symptome entstehen durch eine Kontraktur? Um eine Kontraktur in der Praxis zu erkennen, solltest du die Symptome kennen. Symptome, die eine beginnende oder bereits ausgebildete Kontrakturanzeigen sind, Bewegungseinschränkung einzelner Gelenke, also eine Unbeweglichkeit oder ein Widerstand bei den Bewegungsabläufen, Einschränkung beim Strecken, Beugen oder Abspreizen und Anwinkeln. Auftretende Schmerzen bei der Bewegung Eine Kontraktur selbst ist nicht schmerzhaft, sondern der Versuch, ein Gelenk mit Kontraktur zu bewegen, bedingt durch eine verkürzte Muskulatur oder fehlende Gelenksflüssigkeit. Muskelverspannung Die Muskeln und Strukturen um ein betroffenes Gelenk sind häufig verhärtet und angespannt. Fehlstellung des Gelenkes Das Gelenk befindet sich dauerhaft in einer abnormalen Stellung, beispielsweise ein abgeknicktes Handgelenk oder einzelne zusammengekrallte Finger. Anhand der Symptome kann vom ärztlichen Dienst eine Diagnose erstellt werden, indem die Beweglichkeit der einzelnen Gelenke überprüft, sowie auf Schmerzäußerung bei den Bewegungsabläufen geachtet wird. Um Verspannung zu erkennen, können die Gelenkstrukturen durch Palpation, das Fachwort für Abtasten, auf Verhärtung abgetastet werden. Eine Überprüfung, ob sich alle Gelenke in Ruhestellung in einer natürlichen Haltung befinden oder ob Fehlstellungen der Gelenke erkennbar sind. Zusätzlich können bildgebende Verfahren wie Röntgen genutzt werden, um die inneren Gelenkstrukturen, insbesondere Verknöcherung im Gelenk, sichtbar zu machen. Kontrakturen können nach ihrer Äthiologie eingeteilt werden. Die Äthiologie bezeichnet in der medizinischen Fachsprache die Ursachen und Auslöser von Erkrankungen. Atrogene Kontrakturen Von griechisch Atron, Gelenk Atrogene Kontrakturen sind verursacht durch Schädigung oder Zerstörung der Gelenkflächen, wie durch Entzündung, beispielsweise Arthritis oder Rheuma, Tumor oder Verletzung am Gelenk oder durch Abnutzung und Verschleiß am Gelenk, auch als Arthrose bezeichnet, bei dem die Gelenkstruktur zerstört wird. Dermatogene Kontrakturen Von griechisch Derma, Haut Dermatogene Kontrakturen sind verursacht durch Schädigung der Haut. Durch tiefe Hautverletzungen oder Verbrennung der Haut kann die Beweglichkeit der Gelenke durch großflächige Narbenbildung stark eingeschränkt werden und es entstehen durch den Hautzug bzw. der fehlenden Hautfläche Fehlstellungen und Kontrakturen. Neurogene Kontrakturen Von griechisch Neuron, Nerv Neurogene Kontrakturen entstehen durch Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems, wodurch bestimmte Bewegungen nicht mehr möglich sind und Gelenke Kontrakturen entwickeln. Eine Schädigung des zentralen Nervensystems, also dem Nervensystem des Gehirns und Rückenmarks, wäre beispielsweise eine Folge von Unfällen mit Verletzungen des Gehirns oder Rückenmarksverletzungen, als Folge eines Schlaganfalls, sowie neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz. Eine Schädigung des peripheren Nervensystems könnte beispielsweise durch periphere Verletzungen wie der Hand oder des Beins oder als Folge von Erkrankungen wie Diabetes mellitus entstehen. Tendomyogene Kontrakturen Von griechisch Tendo, Sehne und Mys, Muskeln Kontrakturen durch Verkürzung, Schädigung in Sehnen oder Muskeln Tendomyogene Kontrakturen können entstehen durch Bewegungsmangel und Mangeldurchblutung wie bei therapeutischer Ruhigstellung eines Gelenks nach Knochenbrüchen oder Fehlhaltung, beispielsweise schmerzbedingte Schonhaltung, sowie falsche Positionierung und Lagerung bei immobilen Menschen. Du musst diese Kategorien sicherlich nicht auswendig lernen, sie helfen jedoch, eine Übersicht zu bekommen und Risikofaktoren einfach abzuleiten und zu identifizieren. Welche Formen von Kontrakturen gibt es? Neben der eben vorgestellten Äthiologie können Kontrakturen auch nach ihrer Form, also der Art der Gelenkfehlstellung, eingeteilt werden. Aus der Benennung der Kontrakturform kann man erkennen, in welcher Fehlstellung das betroffene Gelenk fixiert ist. Zu den Kontrakturarten zählen die Beugekontraktur, auch Flexionskontraktur, lateinisch Flexio, Biegung, Krümmung. Bei einer Beugekontraktur ist das Gelenk in der Beugestellung fixiert, also permanent gebeugt. Die Beugekontraktur gilt als die häufigste Form der Kontraktur, da die zur Beugung benötigten Muskelgruppen häufig stärker beansprucht werden und bei fehlender Dehnung somit schneller verkürzen. Wie aus unserem vorherigen Beispiel des Ellenbogengelenks, bei dem der Bizeps verkürzt und eine vollständige Streckung nicht mehr möglich war. Ebenso sind sowohl Knie- als auch Hüftgelenke besonders gefährdet von einer Beugekontraktur, wenn sich diese beispielsweise durch Unterlagerung im Bett in einer dauerhaft gebeugten Haltung befinden, oder das Hüftgelenk durch Einsinken in die Matratze über einen längeren Zeitraum gebeugt ist. Die Streckkontraktur, auch Extensionskontraktur, von lateinisch Extendere, Ausdehnen, Ausweiten. Bei einer Streckkontraktur ist das betroffene Gelenk in der Streckstellung fixiert, also permanent gestreckt und kann nicht mehr vollständig gebeugt werden. Die Aduktionskontraktur, von lateinisch Adukere, heranführen. Das Gelenk ist in einer adduzierten Position, also am Körper, fixiert. Die Aduktionskontraktur kann beispielsweise nach einer Schulterverletzung und dem längeren Tragen eines speziellen Gilchristverbandes auftreten. Ein Abspreizen des Schultergelenkes vom Körper weg ist dann nicht mehr vollständig möglich. Diese Form betrifft insbesondere Kugelgelenke wie das Schultergelenk oder das Hüftgelenk, welche neben der Streck- und Beugebewegung auch vom Körper abgespreizt und herangeführt werden können. Die Abduktionskontraktur, von lateinisch Abduktio, wegführen, ist das Gegenteil der Aduktionskontraktur, in der das Gelenk in einer abduzierten, also körperfernen Position fixiert ist, beispielsweise im Hüftgelenk, wenn die Beine längere Zeit abgespreizt vom Körper positioniert werden. Die Kontrakturenprophylaxe umfasst alle pflegerischen Maßnahmen, um die Entstehung einer Kontraktur in der Pflegepraxis vorzubeugen, mit dem Ziel zur Erhaltung und Förderung der Beweglichkeit der Gelenke und damit die Vermeidung von Fehlstellungen und dauerhaften Bewegungseinschränkungen. Die Kontrakturenprophylaxe wird anhand des strukturierten Pflegeprozesses durchgeführt. Im Beispiel für den vierstufigen Pflegeprozess der Weltgesundheitsorganisation, also erstens beginnend mit einer professionellen Einschätzung von Kontrakturrisiken, zweitens der Planung geeigneter Pflegemaßnahmen zur Kontrakturprophylaxe, drittens der Durchführung der geplanten Pflegemaßnahmen, sowie viertens einer regelmäßigen Evaluation des Pflegeprozesses zur Kontrakturenprophylaxe, also der Bewertung, ob Informationen und Maßnahmen noch aktuell und zielführend sind. In unserem nächsten Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie die Kontrakturenprophylaxe anhand des Pflegeprozesses strukturiert geplant und durchgeführt werden kann. Du hast jetzt einen guten Überblick über das Krankheitsbild der Kontraktur. Was du auf jeden Fall für die Prüfung wissen solltest, ist zusammenfassend. Kontrakturen betreffen die Gelenke, welche im Krankheitsverlauf verknöchern bzw. versteifen können. Die Äthiologie ist vielfältig, beispielsweise durch verkürzte Muskulatur, Nervenschädigungen oder Gelenkserkrankungen, welche zur Bewegungseinschränkung von Gelenkstrukturen beitragen und dadurch zu Kontraktur führen. Bewegungseinschränkungen, schwerfällige Bewegung, Muskelverspannung, Schmerzen bei der Bewegung und Gelenkfehlstellung sind Symptome, durch welche eine Kontraktur erkannt und diagnostiziert werden kann. Es gibt unterschiedliche Arten von Kontrakturen. Die häufigste Form ist die Beugekontraktur, bei der ein Gelenk in der Beugestellung fixiert ist und nicht mehr vollständig gestreckt werden kann. Bewegungseingeschränkte Menschen haben durch den Bewegungsmangel ein besonders hohes Kontrakturrisiko. Um die Funktion der Gelenke zu erhalten, ist eine regelmäßige und ausreichende Bewegung nötig. In der Pflegepraxis soll durch Kontrakturenprophylaxe die Beweglichkeit der Gelenke erhalten werden. Wir von Pflege Relevant bedanken uns herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünschen noch viel Erfolg beim Lernen. Bis dahin, möge die Pflege mit dir sein!